Herzlich willkommen an den Mercedes-Benz Motorsportchef Toto Wolf und DTM-Rennfahrer Pascal Wehrlein. Ich werde alles versuchen, dass am Ende dieser Saison noch ein bisschen mehr ist, auf jeden Fall. Wir haben noch vier Rennen, also das heißt man kann noch 100 Punkte holen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das neue DTM-Fahrzeug für die Saison 2016. Das ist der neue Mercedes-AMG C63 DTM. Das ist das neue DTM-Fahrzeug für die Saison 2016. Das ist das neue DTM-Fahrzeug für die Saison 2016. Das ist das neue DTM-Fahrzeug für die Saison 2016. Das ist das neue DTM-Fahrzeug sur der Saison 2016.